10 Fragen für das Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Leben in Deutschland und Einbürgerungstest. Welches Wappen gehört zum Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern? Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4 Welches ist ein Landkreis, in Mecklenburg-Vorpommern? Priegnitz, Mecklenburgische Seenplatte, Vogtlandkreis, Rheinsie-Kreis Für wie viele Jahre, wird der Landtag, in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? 3, 4, 5, 6 Ab welchem Alter, darf man in Mecklenburg-Vorpommern, bei Kommunalwahlen wählen? 14, 16, 18, 20 Welche Farben, hat die Landesflagge, von Mecklenburg-Vorpommern? Schwarz, Rot, Gold Blau, Weiß, Gelb, Rot Grün, Weiß, Rot Schwarz, Gelb Wo können Sie sich, in Mecklenburg-Vorpommern, über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung Bei den Kirchen Beim Ordnungsamt der Gemeinde Bei der Verbraucherzentrale Die Landeshauptstadt, von Mecklenburg-Vorpommern, heißt Greifswald Schwerin Rostock Wismar Welches Bundesland, ist Mecklenburg-Vorpommern? 1 2 3 4 Wie nennt man, die Regierungschefin, den Regierungschef, in Mecklenburg-Vorpommern? Erste Ministerin, erster Minister Premierministerin, Premierminister Bürgermeisterin, Bürgermeister Ministerpräsidentin, Ministerpräsident Welche Ministerin, welchen Minister, hat Mecklenburg-Vorpommern, nicht? Justizministerin, Justizminister Außenministerin, Außenminister Finanzministerin, Finanzminister Innenministerin, Innenminister 1 3 4 5 5 9 10 10 10 11 12 12 12 12